Hey Leute, in diesem Video fährst du mal wie man bei Windows 10 ganz einfach seine Grafikkarte am PC anzeigen lassen und somit auch herausfinden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür müssen wir erst einmal zu unserem Gerätemanager gelangen. Entweder ich gebe in der Suche hier unten einmal Gerätemanager ein, dann soll dieser normalerweise auch schon gleich angezeigt werden oder aber ich mache hier links unten auf dem Windows Symbol starte einmal einen Rechtsklicken mit der Maus und dann kann ich auch schon den Gerätemanager nämlich auswählen. Nun werden uns auch schon einige Punkte von unserer Hardware aufgeführt und relativ mittig können wir auch schon den Punkt Grafikkarten erkennen. Dazu jetzt einfach mal links auf dem Pfeil noch draufklicken und wir sehen auch schon unsere aktuelle Grafikkarte. Um das Ganze noch etwas detaillierter zu machen, kann ich auch hier noch einen Rechtsklicken mit der Maus darauf machen und dann auf Eigenschaften gehen und schon öffnet sich noch das Fenster, wo natürlich alles noch einmal etwas detaillierter drinnen steht. Und somit haben wir jetzt auch schon die Grafikkarte bei Windows 10 am PC ganz einfach herausgefunden. Falls du dir übrigens eine neue hochwertigere Grafikkarte zulegen möchtest, einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den besten Grafikkarten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.